Ja, das ist jetzt 17 Uhr, ne? Scheiße, wie lange haben wir angelt? 5 Stunden, 6 Stunden, 7, 8, 9 Stunden, ne? 8 und 9, was ist denn los? Sagen wir mal um 9, 10, 10... Na 8 Stunden geangelt, nix. Nix! Das ist alles Andreas angestellt, weil der die ganze Zeit nur diese scheiß Kamera in der Hand gehabt hat. Ne, mit einem kleinen Dorf hat Andreas dran gehabt. Die mussten wir wieder reinschmeißen, weil das war so ein scheiß kleines Dreckteil. Ja, die Marcel machen sollen weg. Dann fahren wir nach außen. Jetzt machen wir Dennis noch mal bisschen nass. Ha? Jetzt machen wir dich noch mal bisschen nass. Ja. So ein schönes Bälle haben wir jetzt. Ganz knack geregnet hier. Jetzt haben wir noch was wir jetzt noch haben. Ja, das ist knack. So ein bisschen rein hier. Jetzt gehen wir uns den Of mich. Jetzt gehen Yacht. Jacin directly. Ja. Also ein bisschen richtig的話er noch nicht. Ich versuche noch mal zum BeispielOU Erzähl mir was! Denn es ist ganz traurig! Ich hab' dich bestimmen! Ich hab' dich bestimmen! Ich hab' dich bestimmen! Okay! Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Hör an! Ich hab' dich mal raus! Ich hab' dich mal raus! Ich hab' dich mal raus! Nichts! Ich hab' dich noch raus! Und du warst es auch nicht, ich hab' dich nicht mal Ketten ansprach! Mist hier! Lächeln! Du scheiß Pass auf den Boden! Ne? Guck mal, wie ist das für den Sack her? Lächeln! Ich muss noch nach dem Wind fahren! Wo willst du denn hier fahren? Na? Auf dem Strand fahren! Ja, die Strandfälle! Na, die Fläche ist innerlich! Ich kann nicht dafür lassen, als ob ich die Fläche nicht habe! OK! So, dann verheißen wir hier noch mal den Jagdweg hier, noch frühstücken, bevor es schwer ist. Warte ran! Angeln verboten, hast du gelesen? Ja? Angeln verboten, auf dem Stieg. Was ist denn da? Hä? Ich kenn den Verein. Aber das Angeln ist da verboten. Ich stande da eben auf dem Stieg. Anlegen verboten. Achso. Ich denke, ich kann das Schild nach Hause zeigen. Ich denke so. Hör mal! Hör mal! Schau mal! Auf jeden Fall! Ach, die Kraft! Ach, es hat geregnet. Hä? Ach, es ist Century. Aber jetzt ruf die Reifen. Ha! Ich bin bereit! Ich mach dich doch abgeben lassen. Ist alles wie ein Seiner zu! Nein, deine! Du hast ans Wasser gepisst! Schau, da sind die alle Abkaufungen! Das war das feste Einzelne! Schön in die Offenbahn! Aber du hältst dich die ganze Zeit durch! Nein! Du musst noch einmal schlippen, der lädt automatisch auf! Ich weiß nicht! Ja, hoffentlich! Was hast du denn für die Grenzen? Er hat jetzt über 6 Minuten schon aufgenommen! Ja! Dann kannst du noch mal einen schönen Fahn aufnehmen da! Geht nicht! Da kommt noch ein anderer da! Ja! 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 Sagt er! Ja! 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 so Ja, das ist halt das richtige Boot für mich. Ich meinst, wenn der loslegt, ey. Zum Angeln ist der perfekt. Ey. Das ist doch schöne Boote. Ja. Jetzt kommen alle raus. Wir waren heute die ersten. Die alten Kutters fotografieren. Ja. Die alten Kutters da. Ja. 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 Ja, Dennis. Alles deine Schuld. Ja, ich hab das Boot gemietet. Deswegen ist alles meine Schuld. Ja, darum hier. Welch wären die Leute mit der Lokarier für alleope preserv Wein Василь? A Vergärenviolett. Oh,ladıregEt Geniuses. Ja! So. So. Wo war das da hinten bei dem der? Das musst du doch selber wissen, du bist Fahrer, nicht ich! Aber jetzt ist das Wetter wirklich noch Bombe geworden. So, da hinten ist total klar, dass ich da in hoher Himmel lande. Nicht eine Wolke. Hier nimmt noch mal die geilen alten Kriegsschippe auf hier. So, dann kriegst du jetzt ein paar Dinge gleich wieder? Nee. Hör doch, warte, wir haben's ja jetzt. Das ist nämlich dein Job. Das ist mein Job, dich aufzustechen. Darf ich mich abstechen? Ja, fixe dich damit. Scheiße. So, hier kommt mal rein, weh. So, unser Tag ist aber noch nicht vorbei. Es geht heute noch weiter. Schamfroh, oder nicht? Was piept da? Was hat da gepiept? Ich wusste es. Teil, irgendwie.